Willkommen zurück zu einer Weiteren-Kol-Gee! So... Da Ding ist wenigstens erstmal weg. Nur Brutzel, sehr schön. Dieser Karren ist gefüllt mit Eisen. Das Eisen vom Karren nehmen. Das Eisen wird ihm Eisenvorrat hinzugefügt. Wahnsinn! Jetzt haben wir 1000 Eisen, ok. Vorsicht, Gegner! Mal gucken, ob hier oben irgendwas ist. Ne, aber das könnten diese Spinnen sein, die wir brauchen. Stufe 4, ach cool. Da ist eine Waldspinne. Knochentürme. Das werden mit Sicherheit Abwehrtürme sein. Felsspinne, das könnte das richtige sein. Das ist ein Hinterhalt! Ich geh erstmal hier unten hin. Ups! Was war das hier? Eine Krypta. Ups! Das ist ein paar Dinge zu spüren. Ups! Ups! Ja! Ups! 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 Ein Runenkrieger? Von eurer Sorte haben wir hier schon lange keinen mehr gesehen. Der Krieg hier zurück. Und mit ihm seine Ausgeburten. Nehmt es mir nicht übel, alter Hass brennt lange. Sprecht mit Lord Jonir in der Stadt. Schätze, er kann eure Hilfe gut gebrauchen. Wir alle können das wohl. Ist der Angriff vorüber? Es ist vorbei. Jetzt gilt es, sie zurückzutreiben und das Portal ins Grauschattental zu sichern. Ich werde sie nach Süden verfolgen. Gut, wir versorgen die Verwundeten. Dann kommen wir nach. Seid vorsichtig. Sie sind noch nicht geschlagen. Und sie werden das Portal nicht kampflos aufgeben. Eins noch. Tretet auf keinen Fall durch das Portal hindurch. Sie haben es auf der anderen Seite gesichert. Die Wachen dort würden euch in einem Augenblick zerfleischen. So, wieder ein bisschen linier. Ja. Ja. Wie kommen wir zu der Küste? Das muss doch hier oben lang gehen. Nahrung, können wir uns schon wieder verbessern? Ja, gut. Ich höre? Was ist euer Begehr? Es ist mir eine Ehre. Vorsicht, Gegner! Oh. Starkes. Oh. 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 Oh, der Schnapp ist. Oh. Oh. Erstmal ein paar rauslocken Ruhnenkrieger, zu mir! Ruhnenkrieger, zu mir! Easy! Komm, 30! Verdammt, egal! Hä? Geht doch! Das Bauwerk ist vollendet! Ruhnenkrieger, zu mir! Vorsicht, Gegner! Gut, der Groß ist weg! Ein Glück! War das ein Seenstein? Ich hab zu schnell weggeklickt! Oh, Puh! Ich dachte, das Spiel schmied ab, ey! Stand halten, Männer! Ja! 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 So, holen wir uns noch das andere Eisen! Jo! Gefühlt mit Eisen! Wir holen uns das! Und zack! Dürfen wir 2.000 haben wir! Oh! 300! Klasse! Dann machen wir mal da hin! Was ist euer Begehr? Haben wir hier irgendwas von Nutzen? Ah! Ah! Sehr geil! Sehr sehr geil! Sprecht! Wieso geht ihr nicht? Achso! Ja! Ja! Machen wir hier nochmal Holzfäller, oder wat? Was ihr wollt! Das ist nicht weit! Ja! Dorthin! Ja! Ställe! Rasch! Sprecht! Die haben wohl auch mit Schmerzen zu tun. Hier sind zwar noch Tiere, aber gut. Das ist hier durch ja nicht. Oh! 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 Dober! Das ist ein Hinterhalt! Oh! Oh! Ein Hinterhalt! Das Eisen will ich mir ehrlich gesagt aufheben für einen großen Angriff später hier unten hier unten Okay, langsam läuft's. Ich werde erstmal wieder ein paar rauslocken. So wie bei der Taktik eben. Könnte Funktionieren. Elendsegen. In Windeseile. In Windeseile. So wie bei der Taktik. In Windeseile. wieder rein. Oh. So wie bei der Taktik. So wie bei der Taktik. so na gut dann machen wir erst mal ein folgen brüßchen spitze bedanke mich bis dann